Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Final Podcast Episode 444. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Woche war ja sehr ähnlich der vergangenen Woche. Ich hatte zwar gut zu tun, es ist aber nicht viel los gewesen. Also nichts, was jetzt hier die Relevanzschwelle für den Podcast überschreiten würde. Das Aufregendste war die Jahreshauptversammlung des Golfclubs, in dem ich nun Mitglied geworden bin. Ich wollte das eigentlich über den Sommer ausprobieren, in welchem Club ich hier Mitglied sein möchte. Es gab zwei zur Auswahl, Altenhof in der Nähe von Eckernförde und eben den Platz in Gübi, wo ich jetzt Mitglied geworden bin. Der Plan war eigentlich, ich spiele da mal eine Runde, ich nehme da mal eine Trainerstunde und gucke mal, wo ich ein besseres Gefühl habe. Das hat nicht geklappt, einfach weil so viel anderer Kram war. Gerade der Sommer des vergangenen Jahres ist ja golfmäßig nicht ganz so gut gelaufen, weil ich einfach die Zeit häufig nicht gefunden habe, mal zu spielen. Und das setzt sich natürlich dann auch auf die Wahl eines neuen Clubs fort. Und so habe ich nach Bauch entschieden. Altenhof kannte ich nun schon als Platz, fand ich super schick. Also sowohl so Clubhaus und Restaurant als auch den Platz selbst. Da habe ich halt überlegt, wenn ich da hinfahre, ist das nicht besonders weit, Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten von hier. Hier muss ich aber im Sommer damit rechnen, dass mindestens die Rückfahrt länger dauert, weil in den Sommermonaten, wenn das Wetter gut ist, alle Menschen nach Eckernförde an den Strand wollen. Und das ist etwas, das mich davon abgehalten hat. Der Club in Gübi, den kenne ich halt nun noch nicht. Der ist aber ähnlich weit entfernt, Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Auto. Ich könnte da relativ unkompliziert auch mit dem Bus hinfahren, habe ich gesehen. Also es gibt eine Bushaltestelle am Ortseingang von Gübi. Da muss ich aber auf dem Weg hin einmal umsteigen. Das ist trotzdem eine Option, die ich zumindest ausprobieren möchte. Theoretisch ging es wahrscheinlich auch mit dem Fahrrad. Genau, und der Unterschied zwischen den beiden Clubs ist finanziell nicht groß. Das ist nicht der Rede wert. Und da war es einfach eine Frage von, wie gut komme ich da hin, was dann meine Entscheidung für die Mitgliedschaft verursacht hat. Genau, ja, und Jahreshauptversammlung ist halt Jahreshauptversammlungskram. Dinge hören, abstimmen und dann ist der gemütliche Teil, den habe ich mir nur nicht gegeben, weil ich da einfach keinen kannte. Und ich bin halt nicht so der Netzwerker auf solchen Veranstaltungen. Ja, ansonsten, wir haben gerade Besuch von einem Freund von uns, der sich hier fürs Wochenende einquartiert hat. Und eigentlich wollten wir alle zusammen den Kieler Umschlag besuchen am Samstag gestern. Da habe ich mich dann aber ausgeklingt, hauptsächlich deswegen, weil in der Nacht zu Samstag gegen 3.30 Uhr hier Feuerwehralarm war. Und hier wird halt noch per Sirene alarmiert. Und diese Sirene ist so Luftlinie 60 Meter, vielleicht 100, also höchstens 100 Meter von unserem Schlafzimmerfernster entfernt. Und dann ist ja nicht nur, dass die Sirene dann geht, dreimal langer Heulton, sondern dann eben wenige Minuten später fahren eben auch die Feuerwehrleute dann zum Einsatzort. Und diesmal, also es war jetzt irgendwie der dritte Alarm, seitdem wir hier wohnen. Und diesmal war aber das erste, wo sie dann auch mit Martins Gehörn durchs Dorf gekachelt sind. Sei ihnen gegönnt. Also ich, meine Güte, wenn das die Einsatzlage so erfordert, dass sie das machen, ist das völlig okay. Okay, die Alarmierung per Sirene ist natürlich vollkommen okay. Ich will mich nicht beschweren darüber, dass das passiert, sondern das führte dazu, dass ich halt außerplanmäßig relativ früh wach war. Und dann war ich gerade wieder einigermaßen eingeschlafen, als der Hund anfing, Geräusche zu machen. Und ich habe das so gar nicht richtig auf dem, ich war ein bisschen desorientiert. Der Hund wurde ein wenig aufdringlich. Und das ist so das übliche Signal von, können wir jetzt mal bitte rausgehen. Also bin ich in die Hose gesprungen, mich angezogen, Kopfhörer aufgesetzt. Und es gibt dann einfach so ein paar Hinweise auf die Uhrzeit, ohne dass ich aufs Telefon gucken muss. Also zum Beispiel geht im Wohnzimmer morgens schon mal Licht an nach Zeitsteuerung und solche Schikanen. Und das war noch nicht. Und ich dachte so, hä, hier stimmt doch was nicht. Guck, auf die Uhr war es 4.30 Uhr. Und ich dachte, okay, aber der Hund war sehr enthusiastisch zum Thema rausgehen. Dann dachte ich, okay, wahrscheinlich ist es dringend. Und so war es auch. Und da war dann also, ja, keine Ahnung, was die Ursache war. Auf jeden Fall hatte sie ein bisschen Durchfall und dann eine kurze Runde gedreht. Und danach bin ich natürlich dann erstmal wieder ins Bett. Und so gegen 8 wollte sie dann schon wieder raus. Da war ich dann halt auch sowieso wach von alleine. Aber das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, na dann ist es vielleicht schlauer, wenn ich da bleibe. Wir hätten den Hund sowieso nicht auf dem Volksfest mitgenommen. Und hätten den wahrscheinlich bei meinen Schwiegereltern dann zwischengeparkt. Aber das muss dann halt ja so nicht sein. Entsprechend bin ich dann zu Hause geblieben, habe mich hier um alles gekümmert. Und gestern Abend sind wir dann noch essen gegangen in Eckernförde beim indischen Restaurant Saraya. Und das war richtig gut. Wir waren, glaube ich, für die ein bisschen spät. Wir waren dann die einzigen, die da noch saßen. Und die Wirtin sagte auch so, ja, normalerweise ist hier um 8 alles erledigt. Und dann machen wir auch üblicherweise Feierabend. Aber sagen halt auch, dass sie durchaus bis 23 Uhr aufhaben, wenn sie denn wissen, dass noch jemand kommt. Also das ist für uns natürlich auch eine wichtige Information. Wir gehen gerne indisch essen. Und wir sind dann in der Regel ein bisschen später dran, dass wir dann halt einfach mal anrufen und Bescheid sagen. Dann sagte sie auch, wenn wir wissen, dass noch jemand kommt, dann warten wir auch noch. Und das war natürlich total gut. Das Essen war sehr, sehr lecker. Habe ich richtig gemocht. Chicken Curry Masala hatte ich. Das war wirklich fantastisch auf den Punkt. Und auch eine gute Portion. In dem Sinn, dass es halt nicht zu wenig und nicht zu viel war. Das war also wirklich und sagten auch die anderen beiden. Weiß ich gar nicht, was die gegessen haben. Aber auch die waren sehr zufrieden. Und das steht also schon fest, dass wir da nochmal hingehen. Und die Herzdame sagte schon, wir müssen mindestens achtmal hin, weil die nämlich acht vegetarische Gerichte auf der Speisekarte haben. Und nächstes Mal sagen wir denen dann auch Bescheid. Neue Portionale-Episode ist draußen. Ich habe mich unter anderem mit der Aufregung um Hoss und Hopf befasst. Habe denen ja ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben, als sie verdient hätten. Portionale soll ja die Nachrichten für die deutsche Indie-Podcast-Szene zusammensammeln. Das war eben so sehr Thema, dass ich gesagt habe, dann gehört das schon auch irgendwie mit rein. Was auch Ende Januar Thema war und was ich nicht drin hatte, war eben die Festnahme von Daniela Klette, die der dritten Generation der RAF zugerechnet wird. Da gab es dann ja offensichtlich Verbindungen zu Legion von Undone Productions, also Cash Roberos und seine Crew. Die waren Daniela Klette wohl auf der Spur. Deren Recherche und der Fahndungserfolg, da gab es irgendwie eine zeitliche Überschneidung. Deswegen sagen jetzt eben viele, dass Podcast-Recherche-Team ihr schneller auf den Fersen war, als es die Polizei war. Das ließ sich aber nicht so wirklich belegen und Cash Roberos streitet das aber auch ab. Da habe ich zumindest als Headline in einem Interview mit der FAZ gelesen. Das kann ich hier verlinken. Das ist hinter der Paywall gelesen. Dann habe ich es nicht, sondern nur die Überschrift, dass sie natürlich nicht mit den Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet haben. Deswegen ist das, das ist so schwammig und wackelig und für mich mit so einem vergleichsweise hohen Rechercheaufwand verbunden, nämlich in der Form, dass ich ein kostenpflichtiges FAZ-Abo hätte abschließen müssen, dass ich da gesagt habe, das muss ich dann nicht nochmal mir angucken. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass alle, die sich nicht aktiv gegen das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland einsetzen, von ihren politischen Ämtern zurücktreten sollten. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas von dem Podcast. Alles Gute.